Hallo, grüß euch, das ist der Bernhard von Router2, schön, dass ihr dabei seid, mich freut's. Und was mir auch noch mehr freut, ist das, am 19.9. ist endlich unser Router-Tag. Ja, und ich hoffe, dass ihr da einfach mitspielt, denn es gibt vier Spielstationen im Freien, an denen ihr punkten könnt. Mit dem Punkten könnt ihr Rabatte sammeln, die ihr dann bei uns im Laden einlösen könnt. Schulanfänger haben jetzt den kleinen Vorteil, es gibt ein Glücksrad, an den könnt ihr drehen und die Rabatte sofort drehen, die sich die anderen noch erspielen wollen. Wenn ihr aber sagt, okay, ich will auch spielen, kein Ding, dann geht raus, nehmt an den Spielstationen ein Teil, er punktet euch eure Rabatte draußen, ansonsten könnt ihr wirklich am Glücksrad drehen und könnt die Rabatte sofort gewinnen. Und bei den anderen dauert es eben noch ein bisschen. Jeder bekommt aber eine Urkunde und die Urkunde ist auch zugleich der Rabattgutschein. Also da kommt euer Name drauf und dass ihr am Router-Tag dabei gewesen seid und wie viel Prozent Rabatt, das ihr bei uns bekommt. Falls etwas jetzt nicht im Laden ist, dann können wir es ja bestellen und dann könnt ihr den Rabattcode, Rabattcode, die Rabatte, Rabattcode noch gibt es sowas nicht. Ich hoffe, wir könnten bald mal einen Onlineshop machen, aber den Rabatt könnt ihr dann jederzeit einlösen. Der wird zwar dann von uns mit einer Unterschrift und Stempel entwertet, aber ihr habt dann immerhin immer noch eure schöne Urkunde an einen schönen Tag und vielleicht ist ja nächstes Jahr auch wieder ein Router-Tag. Im Endeffekt spricht nichts dagegen. Von der Zeit her ist es eigentlich angenehm, weil es nicht so heiß ist und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es weniger regnet als im Sommer eigentlich, glaube ich, ist auch noch größer. Von daher würde ich mich freuen. Das Ganze ist von 12.30 Uhr bis um 16 Uhr. Wie gesagt, haltet euch an die Covid-Regeln, die aktuellen, die gelten, die werden ja immer wieder geändert. Und von daher wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag oder schönen Abend und freue mich auf euer Kommen am 19.09. Wie gesagt, um 12.30 Uhr geht es los bis 16 Uhr. Wenn natürlich noch jemand bei einem Spielstatt zu rennen ist oder gerade noch kommt, dann sperren wir nicht zu, da lassen wir euch auf alle Fälle noch mitspielen in der Richtung. Von daher jetzt noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Macht es gut. Tschüss, euer Bernhard von Ruttertals.